Ist das Archie? Archibaldo Sullivan, ja. Ich wusste nicht, dass er einen Rekord hatte. Er war ein Kriminell. Ich würde das nicht sagen. Beth... Bethelbert? Berichtete, sie habe gesehen... Also Mrs. Bethelbert, sorry. Berichtete, sie habe gesehen, wie Mr. O'Sullivan in stark alkoholisiertem Zustand in einer... In der Stillwater Cove herumstolperte. Sie berichtete mir dies mehr aus Sorge als aus Ärger. Sie bestand darauf, dass ich dies in meinen Bericht erwähne. Als ich mich auf die Suche nach Mr. O'Sullivan machte, lag er weggetreten in seinem Boot. Strafe, Herr O'Sullivan, wurde ohne Anklage freigelassen. Ertrunkenheit im öffentlichen Raum in der schwarzen Glocke. Okay. Beschreiben, Mr. O'Sullivan wurde heute aus der schwarzen Glocke geworfen, weil er zu betrunken war und die Gäste zu belästigen begann. Strafe, Herr O'Sullivan, wurde der Zugang zur schwarzen Glocke bis auf weiteres verwendet. Oh, heute am 29. Januar 1826 habe ich den Leichnam des Verstorbenen, Herrn Archibald O'Sullivan, auch Archie genannt, in meinem Obhut genommen. Der Verstorbene war 58 Jahre alt. Die Todesursache wurde der Tod durch Alkoholvergiftung festgestellt. Der Verstorbene wird in Stillwater Cove in der Nähe seines Butes treibend aufgefunden. Kein Anzeichen des Kampfes, okay. Meldener Beamter, Constable Dylan Sprouse, Aufsichtführender Beamter, Constable Oliver Wilford. Oh, das ist die Nacht 1833, 19. Juni. Ein Feuer zerstörte die Lodge, das Anwesen der Familie Crown, das sich in Little Rogue befindet. Zwei Personen kamen bei dem Feuer ums Leben, Mrs. Cordelia Crown und Mr. Callum Compton. Beide Leichen wurden im oberen Salon gefunden. Es ist unklar, was Mr. Compton in den Räumlichkeiten zu suchen hatte. Eine Untersuchung ergab keine stichhaltige Ursache für den Brand, was auf Brandstiftung schließen lässt. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Tür des oberen Salons von außen versperrt war. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Derzeit ist der einzige Verdächtigte Mr. Cook, da er und Mr. Compton eine lange vor Geschichte Gewalttätige Auseinandersetzungen haben. Gut, aber wie wir das gesehen haben, hat das eigentlich die ganze Insel. Und jetzt ergibt auch zumindest so ein bisschen das Problem, was vielleicht Nora... Gut, aber sie hatte ja ein Problem mit ihrer Mutter, nicht mit ihm, stimmt. Okay, nee, das ergibt dann immer noch keinen Sinn. Gut, aber sonst hätten wir alles. So, das hatten wir schon gelesen. Er hat sich nicht gerührt. Sprouse hatte das Gefühl, dass er seine Ermittlungen im Geheimen durchführen musste. Gab es jemanden, der mächtig genug war, um ihn zu stoppen? Immerhin war er Polizist. Jetzt mal ehrlich, Sprouse war nicht unverzichtbar. Jemand anderes schon. Okay. Die Antwort lag noch nie auf dem Grund einer Flasche. Archie. Ich kannte Menschen wie dich. Der Alkohol ist ein wahrer Dämon. Das war so schlimm, so furchtbar, dass du es nicht vergessen konntest. Wer hat die Lodge in Brand gesetzt? Callum Compton, ein gutes Herz. Wurde eiskalt. Ja gut, er hat sich halt wirklich mit allem und jedem angelegt. Insofern ist es schwierig, das zu sagen. Wir behalten ihn aber trotzdem im Auge mal. Bei Josh bin ich mir echt unsicher. Mittlerweile. Hallo? Callum Compton war ein Krook? Er war so nett. Pixie hat ihn so viel. Du hast ihn nicht wirklich gesehen. Ich weiß. Warum bin ich so schwer, dass ich zu der Bauten dieses Problem bin? Du bist sehr nahe. Das ist doch relevant dafür, aber es ging nicht nur um dich. Okay. Ich vermute, das soll wirklich bedeuten, dass wir wieder mit dem Boot losziehen, ne? Ähm... 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 Ich hatte kurz irgendwie das Gefühl, dass... Ähm... Ähm... Das wegpacken können, müssen, sollen... Sieht aber alles ganz gut aus erstmal. Ja... Das heißt, wir können, glaube ich, losgehen. Trotzdem werfe ich natürlich gleich nochmal einen Blick ins Buch. Nur um zu sehen, ob hier irgendwie so einen Anschein danach gibt, dass hier vielleicht irgendwas fehlt. Aber nein, nicht wirklich. Das heißt... Okay, aber machen wir nicht selbst. Wir können nur zuschauen. Ah... Ah... Ja, das sieht wirklich nach einer sehr kleinen Insel aus. Aber interessant, letztes Mal waren wir noch unfähig dazu, irgendwo anzulegen. Gut, war ein Sturm, aber diesmal fahren wir in eine Parklücke, die exakt so breit ist wie das Boot an sich. Ein wenig Ironie ist das schon. Ja... Little Rogue, ich bin so excited. Can you see the Lodge yet? Es ist auf der Lodge, auf dem Hill. All right, wir rock'n roll. Das ist ein weirdes Ding zu sagen. Ich weiß, aber wir gehen, wir gehen! Es ist da, da. The Lodge, ich meine. Wir können nicht auf den Stairs. Wir müssen nicht. Es ist ein Servant-Passegweg. Es sind nur für die Kräfte. Klar. Natürlich. Wer hat denn nicht seine eigenen Treppenstufen? Ist doch alles ganz normal. Oh, Sekunde. Hm. Archies. Ich liebe es hier. Das ist der perfekte Platz für eine Bier. Oder eine Blödie Smoke. Of course, ich nicht mehr haben diese. Ich kann gar nicht mehr wissen, was sie taste wie. Gosh, ein Drink of any kind wäre heaven. Das würde ich jetzt. Das würde ich jetzt. Das würde ich jetzt für eine Minute machen. Das würde ich mir normal machen. Weil du nicht immer shut es. Danke. Ich werde zurück nach der Lodge. Und durch die Ledger wieder. Es hat sich da etwas in da. Das tart Cordelia. Sie hat etwas in da. Sie hat etwas in da. Oh, so viel für shutting es. Was ich jetzt aber tatsächlich kritisch sehe. Wir haben ja schon mal diese Vermutung gehabt. Dass diese Aufzeichnung von dieser Frau. Eben auch. Mit Josh zu tun haben. Und das hört sich alles irgendwie tendenziell immer weniger gut an. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Die scheint hier zu fehlen auf der Seite. Also? Also? Das war eine Vermutung? Ja. Das ist wo wir gehen. Die Lodge und alles andere da. Das war ihre Welt. Und das war deine Welt. Das Leben von einem Vermutung. Ich nahm Nora in diesem Boot. Das bedeutet, dass ich ihre Vermutung war. Was ist das hier, wo du lebst? Ein kleiner Röger? Es fühlt sich familiar. Aber es war nicht mein Haus. Interessant. Schauen wir mal, dass wir da drüben zu dem Haus da noch hinkommen. Ich meinte nicht über den Strand, aber okay. Ich kann aber ihn auch ein bisschen nachvollziehen. Ich kann aber ihn auch ein bisschen nachvollziehen. und so weiter und so fort. Gut, er weiß gewisse Dinge auch nicht. Oh. Er steht dann da unten. Aber, ne? Okay, da kommen wir nicht hoch. Obwohl, hier geht es schon mal nicht zum Haus. Das bedeutet, wir müssen nochmal mit ihr sprechen. Ich habe Angst davor, was sie uns sagen wird. Mhm. Irgendwo, irgendwie so, aber... Kommen wir hier runter überhaupt? Ah, ja. Ähm. Ah, okay. Ich dachte gerade, sie wäre weg. Die Sache ist, Josh hört sie ja, aber sie hört Josh nicht. Das ist weird. Obwohl, er redet nicht währenddessen. Meistens. Ich arbeite dran. Er ist zufrieden. Hey! Scht! Nicht jetzt! Ich spreche mit Beatrice. Ich sehe, du hast deinen Weg nach Little Rogue. Ja. Ich will wirklich den Lodge finden. Das ist sehr klare. Du hast Antworten da finden. Darf ich dich etwas versichern? Beides! Beides! Ich will dir eine Frage stellen. Von allen Dingen. Warum nicht mein Geist? Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Das ist ungewöhnlich. Und es fühlt sich falsch. Ich glaube, ich bin hier, um ihn zu helfen. Du wahrscheinlich solltest. Es gibt keine andere Art, um ihn zu entfernen. Wie kannst du so sicher sein? Weil ich nie wollte, auch nie. Ich habe nie zu gehen. Mit meinem Vater, glaube ich. Ich würde hier spielen, während er mit Archie ging. Ich weiß nicht, was sie darüber gesprochen haben. Aber sie wären da für Stunden, wenn sie auf genug Whisky gehalten hätten. Ich habe so viele verloren. Ich vermisse immer diejenigen, die ich am meisten liebte. Und diejenigen, die mich am schlimmsten. Ich kann sie nicht verlassen. Du bist die Letzte. Sie sind alle vor Ort. Du bist die Letzte, Beatrice. Ich weiß das. Sie sind alle so lange weggegangen. Ich habe ihre Namen vergessen. Und trotzdem willst du nicht gehen? Ich will nicht. Du wirst nie wissen. Sie werden zurückgekommen. Du kannst mich jetzt verlassen. Ich werde dich wieder finden. Und sie ist weg. Warum tut sie das immer? Sie wird ihre Gründe haben. Behaupte ich einfach mal. Manche Leute sind einfach so super kryptisch. Das ist nun mal so. Damit werden wir klarkommen müssen. Oh, ich habe die Statue da oben gar nicht angeschaut. Mist. Ich glaube wir kommen aber nicht mehr hoch. Okay, das waren aber auch bisher alles nur Zeichnungen. Scheinbar haben wir nichts verpasst. Also ich hoffe es mal. Sonst hätten wir nämlich ziemlich viel verpasst. Also bleiben wir lieber bei dem Punkt, dass wir nichts verpasst haben. Das ist mir lieber. Und schauen weiter. Uh. Oh. Wow. Josh. Look at those war paintings. Selkies. I remember that story. I told it to Margo. Margo. Tell me about her. She was just a girl who hung about on the islands. She felt lost to me. Okay, hier kommen wir nicht rein. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Da. In der Ecke. Und hier haben wir wieder eine Audiokassette. The Heart of Little Rogue. Hey Diary. Today is not a good day. It's a sad day. There's so much death here. And so many tears. I can feel them all. Josh told me about this cave. A legend. About selkies coming on shore and hiding their skins here. And they dance on the beach over there. I've done that. I love dancing, especially on the beach. Or at the fun tree. How I wish I could put on my seal skin and glide into the ocean. Sink beneath the waves and let the cold salt water wash away his voice. And that sadness. Such sadness. I can't breathe. I can't breathe. Josh. Please. Just let me go. Just let me go. I... I don't know what to... And don't say anything. ... I can't breathe. But I can't breathe. You can't breathe. I can breathe. Kann sein, dass hier ein Dialog fehlt? Oh, nie, doch. Doch nicht. Das ist sehr schön von Ihnen zu sagen, und ich bin froh, auch. Wir haben Freunde. Ich würde es nicht sagen, dass sie einfach so ist. Ich würde es nicht sagen, dass sie einfach so ist.